Stell dir vor, ab morgen landen wie von Zauberhand einige hundert Euro auf deinem Konto. Und im nächsten Monat wieder. Und dann wieder. Du kannst über das Geld frei verfügen, bist niemandem etwas schuldig. Außer, dass du dein Studium durchziehst. Und das würdest du ja sowieso tun. Klingt so gut, um wahr zu sein? Nicht mit einem Stipendium. In diesem Video zeige ich dir fünf Schritte, mit denen auch du ein Stipendium an Land ziehst, damit du dich mit vollem Einsatz auf dein Studium oder dein Auslandssemester konzentrieren kannst und eine große Sorge weniger hast. Und damit herzlich willkommen bei Schreib! Bevor wir loslegen, abonniere unbedingt noch schnell meinen Kanal, damit du in Zukunft keine Videos mehr verpasst und wir dein Studium gemeinsam auf das nächste Level heben. Tipp Nummer 1. Zweifel beseitigen. Ich kenne das. Auch ich habe mich während meines Studiums zweimal um ein Stipendium beworben. In meinem Fall jeweils für ein Auslandssemester. Die größte Frage, die ich mir damals gestellt habe, war, wie sind eigentlich meine Chancen? Alles, was ich heute weiß, einmal hat es geklappt und einmal nicht. Eine Erfolgsquote also von 50%, die mir am Ende rund 5000 Euro Extrataschengeld eingebracht hat. Gar nicht so schlecht. Und wie stehen deine Chancen, ein Stipendium zu bekommen? In Deutschland existieren über 3000 Stiftungen, die Stipendien vergeben. Im Jahr 2017 wurden laut eines Artikels der Süddeutschen 3% aller Studenten durch ein Stipendium gefördert. Das klingt erstmal nicht so viel. Aber das Ziel der Bundesregierung ist es, diese Quote auf 10% zu steigern. Wenn man bedenkt, wie wenige Studenten sich überhaupt auf ein Stipendium bewerben, stehen die Chancen also gar nicht so schlecht. Ein weiterer Mythos, der sich hartnäckig hält, nur wer ein Überflieger ist, kann ein Stipendium bekommen. Dass die Besten der Besten eins bekommen können, das stimmt. Aber bei einem Großteil der Förderprogramme ist dieser Faktor kleiner als man denkt. Oder auch gar nicht vorhanden. Es gibt reihenweise Stiftungen und Förderprogramme, deren Mittel aus Mangel an Bewerbern gar nicht erst ausgegeben werden. Mein eigenes DAAD-Stipendium, von dem ich eingangs sprach, wurde aus sogenannten Restmitteln bezahlt, die aufgrund zu weniger Bewerbungen erneut ausgeschrieben wurden. Der erste Schritt, wenn du ein Stipendium an Land ziehen möchtest, ist also, dich erstmal überhaupt um eins zu bewerben und jegliche Zweifel hinter dir zu lassen. Tipp 2. Gründliche Recherche Die zweite Voraussetzung für eine erfolgreiche Bewerbung um ein Stipendium ist das Wissen, welche Förderprogramme es überhaupt gibt und welches auf dich zugeschnitten ist. Das größte Volumen an Fördermitteln ist naturgemäß in staatlichen Programmen zu finden, wie beispielsweise dem Deutschlandstipendium. Für Auslandsaufenthalte ist der DAAD, also der Deutsche Akademische Austauschdienst, die größte Instanz. Doch wie schon gesagt, existieren Unmengen an weiteren Förderprogrammen. Bei privaten und eventuell politisch oder wirtschaftlich motivierten Stipendien solltest du dich gründlich informieren, wer als Geldgeber hinter dem Programm steht. Wenn du ethisch damit konform bist, dann steht der Sache nichts im Weg. Aber wie findest du denn jetzt das richtige Stipendium? Hier empfehle ich dir zwei Wege. Erstens, die Internetrecherche. Der einfachste Weg, um einen Überblick zu bekommen, führt über Good Old Google. Außerdem sind das hier die gängigsten Portale, um Stipendien ausfindig zu machen. Stipendienlotse, MyStipendium und E-Fellaus. Eine gute Möglichkeit, um tiefer in das Thema einzusteigen, sind außerdem Erfahrungsberichte. Auch diese findest du online. Und zweitens, Informationsveranstaltungen. Ausnahmslos jede Uni bietet jedes Semester oder einmal im Jahr eine Infoveranstaltung an. Dort berichten die zuständigen Mitarbeiter von den Möglichkeiten der Förderung. Auch Unis vergeben intern manchmal Stipendien. Außerdem werden oftmals geförderte Studierende eingeladen, um von ihren Erfahrungen zu berichten. Es ist ungemein hilfreich, die zuständige Person an deiner Uni ausfindig zu machen. Stell dir all deine Fragen und fordere Infomaterial an. In vielen Fällen, zum Beispiel bei Uni-internen Stipendien, ist es genau diese Person, die über die Förderung entscheidet. Bleibst du ihr positiv im Gedächtnis und zeigst Engagement, dann steigerst du deine Chancen auf ein Stipendium. Tipp 3 Vorlaufzeit und Organisation Um ein Stipendium bekommen zu können, musst du bis zu einer bestimmten Deadline alle geforderten Bewerbungsunterlagen und Dokumente bei der zuständigen Kontaktperson abliefern. Und diese Deadline kommt immer zu früh. Hier ein Beispiel. Die Deadline für Promos-Stipendien zur Förderung von Auslandsaufenthalten ist immer im Oktober, wenn der Aufenthalt im darauffolgenden Jahr erfolgen soll. Startest du beispielsweise ein Auslandssemester im November, dann ist die Deadline für dich 13 Monate vorher. Je früher du dran bist, desto besser. Typische Unterlagen bei einer Bewerbung um ein Stipendium sind diese hier. Ein Antragsformular, eine Finanzierungsaufstellung, eine Projekt- oder Tätigkeitsbeschreibung, ein Motivationsschreiben, Dein Lebenslauf und eine Notenliste, sowie eine Studienbescheinigung. Und manchmal kann auch noch mehr dazu kommen. Um alle Unterlagen zusammenzusammeln, solltest du also ein bisschen Zeit einplanen. Aber die Mühe lohnt sich. Hoffentlich. Um immer den Überblick zu halten, solltest du auf eine gut durchdachte Ordnerstruktur zurückgreifen, um die Dokumente und Entwürfe digital zu organisieren. Hier oben rechts zeige ich dir im Detail, wie du das tun kannst. Tipp Nummer 4. Überzeuge mit deiner Vision. Wenn man es sich mal genauer überlegt, dann ist ein Stipendium nichts als eine Instanz, die einer anderen einzelnen Person Geld überweist, in der Hoffnung, dass diese Person so bessere Rahmenbedingungen bekommt, um etwas Außergewöhnliches zu leisten. Und diese Instanz fragt sich immer, warum genau du dieses Geld bekommen solltest. Überzeuge mit Präsenz. Mit Argumenten. Mit Argumenten. Und mit einer Vision. Die beste Gelegenheit, um dies zu tun, sind die Beschreibungen deines Vorhabens und das Motivationsschreiben. Ähnlich wie bei wissenschaftlichen Arbeiten, gilt es auch hier, sich von der Masse abzuheben. Was kannst du bieten, das niemand sonst hat? Welchen Mehrwert hat das, was du tust und für wen? Eine ausführliche Anleitung zum Verfassen eines Motivationsschreibens findest du auch hier oben rechts. Tipp 5. Mache einen professionellen Eindruck. Um als geeigneter Kandidat oder geeignete Kandidatin für ein Stipendium in Frage zu kommen, gilt vor allem eins. Professionalität auf allen Ebenen auszustrahlen. Dazu gehören folgende Dinge. Deine Unterlagen müssen vollständig sein. Rechtschreibung und sprachlicher Ausdruck deiner Unterlagen müssen on point sein. Dein Bild auf den Lebenslauf ist ein echter Hingucker. Und wenn man deinen Namen googelt, dann findet man keine Informationen über deinen zweiten Platz bei der Wet T-Shirt Competition in Lorette Mar von 2016. Und der Rest ist Geschichte. Hol dir dein Stipendium. Und denk dabei immer daran, Gewinner und Verlierer haben die gleichen Ziele. Entscheidend ist, was die Gewinner anders machen. Gönn mir ein Like, falls dir dieses Video gefallen hat. Und hast du Fragen zum Stipendium? Dann ab damit in die Kommentare. Vergiss nicht, meinen Kanal zu abonnieren, damit du in Zukunft keine Videos mehr verpasst und wir dein Studium gemeinsam auf die nächste Stufe heben können. Jetzt aber viel Erfolg bei der Bewerbung um ein Stipendium und bis zum nächsten Mal! Bis zum nächsten Mal!